Hallo, mein Name ist Benedikt Kohlstelle und ich arbeite bei Bayer seit mittlerweile über zehn Jahren in verschiedenen globalen Positionen. Sind Auslandssemester wichtig in meiner Branche und in der Firma? Absolut ja. Es wird sehr gerne gesehen, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich während meines Vorstellungsgesprächs gefragt wurde, ob das Auslandssemester tatsächlich ein Auslandssemester oder eher ein Urlaubssemester war. Sprich, die wollten sehen, habe ich Prüfungen abgelegt, wie sind die ausgefallen. Es ist also absolut von Vorteil und wird gerne gesehen. Es wird aber durchaus auch darauf geachtet, ob man es ernst genommen hat oder ob man es eben halt als reines Urlaubssemester angesehen hat. Das Auslandssemester war definitiv von Vorteil und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Das offensichtliche ist, ich war in Australien, das heißt, ich habe natürlich Englisch noch mal auf einem ganz anderen Level gelernt und habe vor allen Dingen auch die Scheu abgelegt, Englisch zu sprechen. Ich hatte das früher oft, dass ich gedacht habe, naja, ich will keine Fehler machen, ich will mich nicht blamieren und dort habe ich dann relativ schnell gelernt, dass das überhaupt gar nicht im Vordergrund steht. Solange der andere versteht, was ich möchte, ist eigentlich schon alles gewonnen und tatsächlich hat es mir eine gewisse Freiheit gegeben, dann eben auch Englisch tatsächlich als Arbeitssprache zu nutzen, so wie das heute in meinem Alltag ist. Die andere großartige Erfahrung, die ich gemacht habe und die für meinen Job unglaublich wichtig ist, ist, andere Kulturen kennenzulernen. Ich habe dort eben nicht nur mit Australiern zu tun gehabt, sondern mit Kommilitonen aus der ganzen Welt und habe relativ schnell gelernt, wie unterschiedlich Kulturen funktionieren und auch kommunizieren, was etwas ist, das ich heutzutage in meinem Job ständig nutzen kann. Und es war eben auch wichtig zu verstehen, dass eigentlich jeder Englisch zwar als Sprache benutzt, aber eben aus seinem kulturellen Hintergrund und aus dem, wie die eigene Sprache gestrickt ist, heraus das Ganze ja im Kopf übersetzt und die Sprache nutzt. Das heißt also, wenn ich etwas auf Englisch sage und ausdrücke, dann kommt das nicht unbedingt genauso bei meinem Gegenüber an. Und diese Sensibilität kann ich heute regelmäßig dazu nutzen, wenn ich eben mit Kollegen aus der ganzen Welt kommuniziere, dort darauf zu achten, welche Zwischentöne herrschen, da könnten da Missverständnisse unterwegs sein und das eben gezielt dann anzusprechen. Und das ist etwas, das ich eigentlich jeden Tag nutze und eine Erfahrung, die ich so in der Form mit Sicherheit nicht gemacht hätte, wenn ich nicht ins Ausland gegangen wäre. Was ich jedem gerne mitgeben möchte, der mit dem Gedanken spielt, ein Auslandssemester zu machen, ist, mach es! Es wird nie, 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 nie von Nachteil sein. Es wird immer eher von Vorteil sein. Es ist eine großartige Erfahrung. Persönlich wirst du wachsen. Es ist aber eben auch eine sinnvolle Erfahrung für deinen weiteren Karriereweg später im Beruf. Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass es oft mit viel Unsicherheit verbunden ist. Das ging mir damals auch nicht anders. Ich habe damals sogar mit den Kommilitonen das Ziel Australien ganz neu rausgesucht. Es gab damals noch keine Partnerschaft von der FH und wir wollten unbedingt dorthin und wir haben uns dann hingesetzt. Wir haben Unis rausgesucht, E-Mails geschrieben, Curricula verglichen, haben den Kontakt mit unserer Uni hergestellt und am Ende des Tages hat es funktioniert und es war einfach jede Stunde Arbeit, die wir da reingesteckt haben, wert. Alleine schon für die Erfahrung, die wir gesammelt haben, wie man so eine Partnerschaft oder eben so ein Auslandssemester organisiert, aber eben dann auch nachher in dem Gefühl dort zu sein, diese großartige Zeit dort verliebt zu haben. Und ja, das ist etwas, wo ich bis heute von zehre und insofern ist mein Tipp, macht es, denn ich würde es jederzeit wieder machen. Das ist eine Chance, die ihr später so schnell nicht mehr haben werdet und insofern nutzt es und geht ins Ausland und studiert dort.